und boxen auf, das Feld ist in geschlossener Formation auf die Reise gegangen und Lea Star gemeinsam mit Vincent bemühen sich um die führenden Positionen. Vincent mit nach vorne von Lea Star, dahinter Content, hier ist dann Tanya Bell mit Scooby-Doo in den nachfolgenden Positionen, dahinter Sassfi, am Schluss sieht man nun Heines. Die Fäder sind Mitte gegenüber und an der Innenseite ist Vincent vorne mit Lea Star, dann Tanya Bell an der Außenseite, Contentius weiter innen an dritter, vierter Stelle, gefolgt von Ledicea an der Außenseite und Heines am Ende des geschlossenen Feldes hinter Sassfi. Es geht in den Schlussbogen hinein, Vincent führt, dahinter ist Lea Star an zweiter Stelle vor Contentius, dahinter dann Tanya Bell mit Scooby-Doo vor Ledicea, dahinter dann am Schluss Heines in der Nähe von, machen wir vorne weiter, die Führung weiterhin bei Vincent, Vincent bringt das Feld in den Einlauf von Lea Star, Vincent, Lea Star, dahinter ist Scooby-Doo an der Innenseite Contentius, ganz außen ist Tanya Bell, aber vorne Vincent. Vincent hat die Spitze, Vincent führt, Vincent vor Contentius an der Innenseite, Vincent vor Contentius, Lea Star kommt zu Recht nicht weiter, dahinter sind Scooby-Doo, Tanya Bell und Ledicea an der Außenseite, vorne ist aber jetzt Vincent, Vincent vor Contentius, Vincent vor Contentius, dann Lea Star, Tanya Bell kommt noch einmal, vorne ist Vincent im Kampf mit Contentius, Vincent mit Contentius, dann Lea Star, dahinter Tanya Bell mit Scooby-Doo, vorne aber Vincent, aber eben Contentius, Vincent, Vincent vor Contentius, dahinter Lea Star, dann Scooby-Doo, vor Tanya Bell, dann Lady Tanya, dahinter ist Fee und klar,